Hi Freunde und herzlich willkommen, hier war TG Gaming, Flo von dem Start, heute mit dem neuen E-AFC-Cordat, es ist Donnerstag, es ist kurz um 19 Uhr und wir starten rein. Und zwar gibt's neu, die Pre-Season-Targets, Anmelder, Abgeordnete der SPC, wir haben Johan Cruyff als GOTG-Eigen, SPC, 60 Tage, 16 Segmente. Und Freunde, das ist nicht alles, denn wir haben auch die Top-Party der SPC und bei den Profis auch schon wieder raus aus den Favoriten, und zwar eine 99. Torwart-Footies-Version. Und warum das gut ist, und ja, was daran so witzig ist, jetzt genauer in diesem Video. Also, let's go, what's right now? Ja Freunde, bevor wir rein starten, vergesst nicht, Liebe dazulassen, heute schon das zweite Video hier auf dem Channel, denn wir haben uns schon die neue Season Nummer 9 angeschaut, also heute doppelt upload. Und wenn ihr das Ganze verfeiert, nehmt euch kurz die alte Sekunde Zeit, lasst einen Daumen nach oben da, ihr wisst Bescheid zum Portus-Kammerz, hier stellen Sie uns sehr, sehr gerne den Like-Button. Und wenn ihr neu seid und dann auch FC 25 nichts verpassen wollt, dann gerne kostenlos einmal die Glocke aktivieren, ein Abo da lassen, auf dem Weg Richtung 60.000 Abonnenten. Dankeschön dafür, euren fetten, 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 wirklich fetten Support, Dankeschön dafür. Und, damit starten wir erstmal rein. Freude, es ist einfach so, so witzig. Erstmal vorweg, für Donnerstag extrem viel Content. Wir starten erstmal ganz entspannt mit der Tagesanmelde-Upgrade SPC. Da will ich euch natürlich nach wie vor daily daran erinnern, bitte den Browsenspieler abgeben. Nicht vergessen, wir werden auch in den Zielen gleich nochmal reingehen, da war auch das ein oder andere neue und natürlich eine neue Komplettpaketgeschichte in Bezug auf die Tagesanmelde-Upgrade SPC. Also auch da gibt es wieder Rewards pro SPC-Abschluss ein 83.2-Upgrade SPC, das Punkt Nummer 1. Jetzt wird es aber interessant, Freunde. Wir haben Kolf und wir haben heute diese 99er Wes Fotheringham Footies Torwart SPC. Und da will ich direkt mal reinsteigen, weil es ist einfach so hart witzig. Freunde, vor 21 Stunden im letzten Video, und zwar gestern Abend, ist Folgendes passiert. Es war Pascal reingeschrieben, wie wäre es mal mit einer 98er oder 99er Torwartkarte und nicht nur Offensivkarten. Und zack, was ist? 21 Stunden, nachdem er es reingeschrieben hat, zack, haben wir Wes Fotheringham. Torwartkarte, 99er Rating, Footies. Warum ist das so wichtig? Natürlich ein Faktor, definitiv diese neue Champs-Aufgabe, falls man die erledigen will. Man hat jetzt hier eine wunderbare Footies Torwartkarte eben am Start. Eine relativ gute, wie ich finde, und eben nur ein Segment, Freunde. Witzig auf jeden Fall, dass gestern Pascal das reinpredigt hat. Grüße gehen auf jeden Fall raus, Freunde. Also, das ist schon hart witzig, musste ich gerade extrem lachen. So, was ist mit Fotheringham? 1,85 Körpergröße in Ordnung, 5-Star, 5-Star. Da hat er immer wieder den Körner-Modus aktiviert. Premier League, West Ham, England, aber auch eine Footies Premium Version. Das heißt, linkmäßig brauchen wir uns keine Sorgen machen. 99 Reflexe bringt er da mit. Der Rest richtig gute Torwart-Stats und natürlich die vier Torhüter-Spielstile, die es eben gibt. Zwei Wochen Zeit und jetzt bin ich mal gespannt, was wir abgeben müssen. Nur ein 85er Gradient Squad. That's easy, das ist extrem einfach. Ja, mit dem Premier League-Spieler, sehr, sehr coole Geschichte. Also, ey, Spieler, können wir schon mal einen Haken hinter machen. Top SPC und kann man auf jeden Fall, ja, richtig einfach mitnehmen. Donnerstag, klar, was soll es auch anders sein. Top-Party in SPC, natürlich neu am Start. Joe Primo, Gold-Pack oder Gold-Profi-Pack eben als Gruppen-Reward. Wie immer haben wir hier fünf Trader-Packs, die wir uns ergattern können. Gladbach, Leverkusen, Milan, Monaco, Atletico Madrid, Girona und Willa gegen Arsenal. 81er, 79er, 77er und 75er Grain Squad plus dann weitere Packs. Ihr seht es unter meiner Facecam, welche das sind. Immer gut, immer lohnenswert. Die Top-Party auch jetzt noch, wie gesagt, weil wir einfach die fünf Tradable-Packs zurückbekommen. Für Futter, was wir eh genug im Verein haben. Und insofern auf jeden Fall immer lohnenswert. Das Witzige, und das ist exakt vor zwei Packs gewesen, auch ein Tradable-Pack. Und da gehen wir mal gerade kurz in eine SPC rein. Witzig ist es auf jeden Fall. Denn, warum sage ich, nehmt euch auch gerne diese Packs mit? Ganz einfach, Freunde. Wir gehen mal gerade in den Verein. Stellen wir gerade Neues da ein. In kleinen Packs, wir gehen jetzt auf die zweite Seite, habe ich einfach eben vor 10 Minuten Vera gezogen. Und das Ganze aus einem kleinen, feinen Tradable-Pack mit zwölf Spielern und ich glaube drei seltenen, die da drin waren. Tauschbar, Erstbesitzer, KFTG, Legende, Spiels-Icon, Vera. Leider habe ich hier eine untradable First-Owner-Road-to-Glory, Friends. Ich glaube, ich lasse ihn jetzt hier einfach mal drin in der Road-to-Glory, auf Ehre, ja, jetzt Richtung Ende von FC24. Ich finde es auf jeden Fall extrem witzig. Er war am Start, wie gesagt, aus einem extrem kleinen Pack. Und, ja, wen haben wir da am Start? Ja, zwölf Spieler. Eins, zwei, drei. Ja, die drei seltenen hier, die wir am Start haben. Lanzini, Luis und dann eben, ja, die zehn und die zwei. Zwölf Spieler, drei seltenen. Also, aus jedem Pack kann auch mal was Gutes drin sein. Und deshalb auch hier wieder meine Daily oder vor allen Dingen, ja, in Bezug auf Donnerstag immer meine Reminder. Nimmt alle Packs mit. Egal, wie klein es ist, aus dem kleinsten Pack kann das Beste rauskommen. Und dafür habt ihr ja auch selber schon die Erfahrung mitgemacht. Und, ja, interessanterweise haben wir heute zum Donnerstag aber auch, ja, und Kölf draußen, Freunde, ja. Morgen ja der letzte Footies-Tag. Und morgen geht es ja dann auch offiziell los mit dem Pre-Season-Event, was ja auch jetzt die Tageseinmelde-Upgrade-SPC sozusagen auch nochmal confirmed hat. Und vor allen Dingen die Season, die heute um 9 Uhr rausgekommen ist. So, Joran Kölf ist mit 60 Tagen hier an Timer-mäßig angesetzt und eben 16 Segmenten. Wie wir eigene SBCs kennen, haben wir Boss, da haben wir Silbersquad, dann in 86er als Lohn, 86er der Vierte, noch in 86er, 87er und 2,87er, 2,86er, 88er, 2 Stück auch da, 89er, dann 2,90er, 3,90er, 91er und nochmal 2,92er. Ganz ehrlich? Hm. Vielleicht so ein bisschen Fifty-Fifty-Ding. Ich guck mal gerade, ob schon Preis da ist. Ähm. Unter eine Million, ja. 850.000 Münze jetzt kurz nach 19 Uhr. Das wird günstiger werden, Friends. Ich würde fast sagen, so ein Fifty-Fifty-Ding. Gerade vielleicht noch Daumen hoch. Das Problem ist halt, wir haben gestern halt einfach eine richtig gute SBC bekommen, ne? Wir haben gestern eine 98er-Footies-Icon-Raul-SBC bekommen und dann bekommen wir jetzt heute hier einfach Johann Kölf. Was mich jetzt mal gerade interessiert, Johann Kölf, Freunde, ist 1,80m und Raul ist auf jeden Fall kleiner, ne? Raul, oh, wir sind gleich groß. Oh, wow. Okay, das ist dann tatsächlich ein bisschen weird. Und vielleicht auch das der Grund, warum es so ein bisschen Fifty-Fifty ist. Man bekommt vor einem Tag Raul gleiche Körpergröße, Friends. Ich meine ja, es sind zwei unterschiedliche Personen. Ähm. Jörg Rolf nach wie vor absolut wild. Five-Star, Five-Star. Boah, guckt euch diese Karte an. Guckt euch bitte diese Karte an. Guckt euch bitte diese Karte an. Wollen wir die gerade gleich bei, oder vielleicht bei Footbin, nachher mit Raul vergleichen? Also das ist halt so ein bisschen weird. Ist auch eine sehr gute Karte. Fünf Segmente nur hier und dann bekommst du hier direkt 16 Segmente. Es ist ein bisschen weird. Also ich bleib bei Fifty-Fifty, glaube ich. Ich glaube, ich bleib bei Fifty-Fifty. Angeschnittener Schuss, Powerschuss, First Touch und schneller Schritt. Was hat man hier? Auch zwei da oben bei Tore. Boah. Also ganz ehrlich, ich glaube Fifty-Fifty-Ding. Kroll-Fans nehmen mit, ähm, er hätte wesentlich teurer werden können. Ja, EA kommt auch gerne mal mit drei Segmenten um die Ecke. Es hätten weniger sein können, aber um ehrlich zu sein, es hätte auch direkt hier mit 90er-Segmenten losgehen können. So wie die letzten alten SBCs teilweise bescheuert waren, müssen wir sagen, hier geht es zumindest mit 86, 87 relativ, relativ in Ordnung los. Ja, ähm, das vielleicht so als kleines Ding. Und deshalb, glaube ich, bleibe ich jetzt mein erster Eindruck so ein bisschen Fifty-Fifty. Ich bin gerade auch gesplittet. Lasst mich gerne mal eure Meinung dazu wissen zu Johann Kreuf. Ja, und Raul, ja, macht mal auf jeden Fall ready die fünf Segmente mehr als geschenkt. Also, kurze Zusammenfassung nochmal. Wir haben Fader Graham, die 99er-Gerater der SBC. Wenn ihr keinen Bock auf die Karte habt, nehmt ihn auf jeden Fall als SBC-Futter mit. Die Preseason-Daily-Login-Geschichte natürlich zu einem Donnerstag, genauso wie die Top-Party in SBC. Und dann halt eben noch als Edition, äh, EA hat es ja angeteased sozusagen in der letzten Fudies-Woche, jetzt immer GOTG-Icons rauszuholen und Kreuf unter anderem einer von denen. Ja, und bei den Zielen haben wir jetzt eben auch was Neues. Das ist zum einen hier die Preseason-Tagesanmelde. Upgrade SBC-Komplett-Paket-Geschichte. Auch hier heißt es wieder 5x abschließen. 1,8x2, 2,8x2, 3,8x2, 4,8x2 und ein 3,8x5-Pack für 5x abschließen. Und, wie wir es kennen, ein 4,8x10er als Gruppen-Reward. Also, da können wir es kurz machen. Das ist eine Top-Geschichte. Komplett-Paket ready to go. So, Tagesspiele natürlich wieder Refresh. Und jetzt gucke ich mal gerade rein. Haben wir sonst noch etwas Neues. Aha, Future Stars Away ist das hier wieder. Yes, es ist bei den Seasonal Rewards, bei den Zielen. Also, Future Stars Auswärts heißt es da. Und da haben wir drei Spiele, drei Tore, drei Siege. 200xp, 400xp, 600xp und der Gruppen-Reward. Noch mal 800 saftige Segmente, XP, nicht Segmente. Und das ist so ein Bonus-Ding sozusagen zu der Season, die heute Morgen rausgekommen ist. Wohlgemerkt, da müsst ihr nicht reingehen, aber ihr könnt euch logischerweise dadurch einen Vorteil ergattern. Also, sprich, 1200xp hier plus die Achtung da, 2000xp könnt ihr euch holen. Mit drei Spielen, drei Tore, drei Siege und dabei eben dieses Future Stars Auswärts-Trikot, was es sehr wahrscheinlich wieder in dem Shop gibt, euch eben ergattern. Also, das ist keine Muss-Aufgabe, aber ihr könnt quasi dann eher fertig sein als andere. Deshalb diese Aufgabe am Start. Hatten wir ja auch letztes Season am Start mit Footies Home und Footies Away Kit. Das war ja auch am Start. Aber kein Muss, um eben am Ende zu dem letzten Boni um Haarland eben zu kommen. Aber je nachdem, falls ihr die ein oder anderen XP verpasst, eine Möglichkeit, euch XP zu sichern, bekomme ich ja häufig die Frage, hier also eine Möglichkeit, quasi 2000 XP in Anführungsstrichen for free mitzunehmen. Denn das Auswärtstrikot wird natürlich im Shop auch ein bisschen was kosten. Können wir vielleicht auch gleich kurz reingucken. Future Stars Auswärts auf jeden Fall auch neu. Neben den Daily Objectives, Weekly Objectives, die natürlich Donnerstags rauskommen, haben wir heute Morgen schon abgecheckt. Nochmal kurz zur Erinnerung. Also, wir haben hier die Tages-Objectives und Wochenziele sind auch da. Da könnt ihr euch die XP ergattern. Auch das natürlich, um XP zu bekommen, wichtig für den einen oder anderen. Wie gesagt, ich muss euch eins sagen, die Season, da bin ich nicht von überzeugt. Ich habe Videoexplicit dazu gemacht. Checkt es einfach oben auf dem i ab oder nachher auf der Endcard. Genau, das zu Season 9, der Pre-Season. Und dann gehen wir gleich zu Footbin. Vergleichen wir mal die ein oder anderen Preise. Cruyff, Rahul vielleicht vergleichen. In-Game-Stand würde mich tatsächlich mal interessieren. Und da können wir mal gerade schauen. Da haben wir die Footies-Match-Dinger. Ob das Ganze schon am Start ist. Stadion-Items. Die Trikots. Könnte sein, dass es noch kommt. Maybe. Könnte das noch sein. Ist es hier vielleicht drin? Winterpullover. Rückblick. Footies. Da ist es. Future Stars. 45.000 München kostet es. Und 450 FC-Points. Oder beziehungsweise oder. Ja. Sieht relativ nice aus. Aber wie gesagt, ich habe da kein Bock. Ich werde es nicht holen. Aber falls ihr, wie gesagt, Bock auf die Aufgabe habt, dann findet ihr es genau hier im unteren Item-Segment sozusagen. Neben den Footies-SBCs. Genau, Friends. Also wisst ihr da auf jeden Fall Bescheid. Lasst uns mal just for fun. Dann gerade das Preview-Pack mitnehmen, wo wir gerade eben über kleine Packs geredet haben. Was haben wir drin? Keine Special-Karte. Und. Kehrt. Alles klar. Und dann machen wir just for fun. Hier ein Pack noch auf. Machen wir ein 50er Pack auf. Was soll's. Komm. 37 Häufige. 14 Seltene. Es wird natürlich blau. Es wird Brasilien. Es wird Stürmer. Oh mein Gott. Stellt euch vor. Nein. Aber es ist Schlau-Pedro. 89er Version. Und wahrscheinlich wieder Molina oder irgendwie sowas. Ne. Es ist 90er Pascara. Alright. Nehmen wir gerne mit. Beides Duplikate. Und nur 27 Duplikate. Relativ wenig sogar. Und sonst futtermäßig auch nicht großartig viel dabei. So. Dann nehme ich euch mal gerade mit rüber zum Footbit Screen. Oder schauen wir mal gerade. Wie das Ganze konkret aussieht. Forderungelhelm. Cruyff. Ist klar. So. ESBCs. Marking Matchups. Obvious. Und dann haben wir Johann Cruyff. Äh. Ja. Ehe für den Preis. Jetzt geht's langsam runter. Auch noch von dem Preis. Ich mein. Ich weiß jetzt nicht. Was er auf dem Markt macht. Das wäre vielleicht das. Ja. Gut. Hehe. 400k ist gefallen. War bei 1.1. Eine Million. Roundabout. Ähm. Dafür ist der SBC-Preis eigentlich gut angesetzt. Wollen wir mal sagen. Ähm. Ja. 99 drüppelig. 99 schießen. Das sagt eigentlich schon alles. Es ist halt traurig. Und das habe ich gestern. Oder schon die Tage auch gesagt. Dass die AI halt jetzt erst 4 Wochen vorm Ende. Von FC24. Wirklich den Gönner-Modus anmacht. So. Es hätte meiner Meinung nach schon in Footies Woche 3. Mindestens kommen müssen. Ja. Während der Footies Zeit. Wo jetzt die 5 Footies Teams rauskommen. Die letzten 5 Wochen. Weil dann hätten wir schön. Auch was zu Grinden und Craften gehabt. Und es wäre auch eben nicht. Ja. Noch zu nah gewesen an FC25. Aber das ist meine persönliche Meinung. Lasst mich da gerne eure Meinung wissen. Wir können ja gerade mal in den Vergleich gehen. Ähm. Hier haben wir jetzt den Compare. Und dann schauen wir mal. Also. Raoul gestern rausgekommen. Extrem günstig. Haben wir hier auch eigentlich preislich. Immer 142.000. Das ist Wahnsinn. Wie günstig diese SBC ist. Beide 5 Star 5 Star. Beide gleiche Körpergröße. Positionsmäßig hat ZOM Raoul noch einen mehr drauf. Ähnliche Karten. Wirklich. Ähnliche Karten. Die Physis hat Raoul wesentlich mehr. Def hat mehr. Dribbling ähnlich. Passen ähnlich. Ähnlich. Schießen ähnlich. Pace ähnlich. Also wirklich ähnliche Karten. Und das ist halt innerhalb von 24 Stunden. Das habe ich damals bei der anderen SBC meine ich gesagt. Dass EA innerhalb von 24 Stunden wirklich zwei Gesichter zeigen kann im Endeffekt. Mal ganz ehrlich. Jetzt mal Realtalk. Wir haben schon mal über die GOTG-Icon SBC gesprochen. Auch nicht mehr die andere die rauskamen. Wen hätte es jetzt gestört? Gestern kam Raoul fünf Segmente raus. Wen hätte es jetzt gestört, wenn Kroll heute rauskommt mit zehn Segmenten? Mit sieben Segmenten. Es wäre doch komplett egal gewesen. Ganz ehrlich. Beide fast ähnliche Toll-Stats. 523 zu 533. Hat ein bisschen mehr Raoul sogar. Und auch die Ingep-Stats minimal weniger. Äh mehr. Oder weniger bei Kroll. Wenn wir so rum sagen. 2537 zu 2576. Also es sind extrem ähnliche Karten. Und wenn man jetzt sozusagen vergleichen würde. Und sagen. Nimm Raoul mit. Und lass dafür Kroll sein. Aber auf der anderen Seite. Kroll ist auch nicht schlecht gepreist. Aber wesentlich natürlich nicht so gut wie Raoul. Das muss man ganz klar so sagen. So. Fodringer-Helm. Das einzige Negative bei ihm. Könnte jetzt der. Oh yes. Der Reaktions-Stat sein. Weil der scheint gleich geblieben zu sein. Da haben wir 70er Reaktionen. Leider. Nach wie vor am Start. Wie gesagt. Baumann ist die einzige Karte in FC24 jetzt gewesen. Die den Reaktions-Stat hier unten gepusht bekommen hat. 5-Star-5-Star ist eine typische Fun-Karte. Fodringer-Helm ist eine Fun-Karte. Ist die anscheinend transferiert. Wie wir es sehen. Zu West Ham. Und ich habe gedacht. Sogar er ist größer 1,85. Ist aber noch in Ordnung. Wie gesagt. Eine Fun-Karte. Für die günstigen Coins. Würde ich die auf jeden Fall einfach mal mitnehmen. Ja. Und dann der Pre-Season Daily Look-In. Da freue ich mich drauf. Die Pre-Season. Bin ich gespannt. Vor allen Dingen. Was alles in Packs ist. Wir hatten ja letztes Jahr. Sowohl Footies am Start. Also nochmal so ein Best-Up. Round-Up sozusagen. So eine Pre-Season. Die Besten der Besten. Sozusagen in Packs. Sowohl Footies. Als auch die Besten der Besten. Was wir jetzt quasi auch schon mit dem Best-Up draußen haben. Insofern bin ich sehr gespannt. Was da morgen in Packs kommt. Nach 19 Uhr. Bin mal sehr, sehr, sehr gespannt. Und ja. In dem Sinne hoffe ich, dass ihr auch morgen wieder mit am Start seid. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Zu Kölf. Zu Fordringham. Zu den neuen SBCs. Was ist eure Prediction? Zu den Pre-Seasons. Und ich kümmere mich hier gleich um. Das Futter natürlich. Ihr wisst Bescheid. Und das soll es gewesen sein. Für das heutige Video. Wenn ihr das Mittag-Video oder Vormittag-Video von heute noch nicht gesehen habt. Mit der neuen Season Nummer 9. Und meine Meinung dazu gerne hier oben abchecken. Sonst das Video von gestern hier unten nochmal. Und sonst sehen wir uns morgen. Hier an gleicher Stelle wieder. Zum neuen Season Nummer Content. Bis morgen. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao Leute.